Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ausnahmsweise und zum ersten Mal kommt das Gottmittwochstudio heute am Donnerstag. Auf jeden Fall möchte ich Ihnen ein gutes neues Wünschen. Bei dieser Gelegenheit möchten wir uns auch ganz herzlich bedanken bei Ihnen für das Interesse, das Sie am Mix unserer Sendung am Mittwoch zu Abend schenken und natürlich auch für das Vertrauen, das Sie Gobs Jahrdauer entgegenbringen. Vielleicht haben Sie gestern ein paar gute Vorsätze gefasst, so zum Beispiel, dass man ein bisschen mehr für die Fitness tun könnte. Gobs bietet Ihnen ein reichhaltiges Angebot an Langlauf-Ski von bekannten Marken. Für das problemlose Langlaufen bei allen Spurbedingungen empfiehlt Gobs Blitzart Quattro Pro Skiset. Ein komplettes und besonders preisgünstiges Angebot. Der Truck Marathon AS mit Schuppentriadenbelag ist ein laufruhiger Allround-Ski für mittlere Fahrer. Und der Fischer Cresta Crown Base mit dem Original Fischer Kronen-Schliffbelag der leichte Allround-Ski, den auch vorgeschrittene Fahrer schätzen. Fit und munter kann man aber auch so bleiben. Und wenn wir ein bisschen auf eine gesunde Ernährung schauen. Bei Gobs finden Sie ein umfassendes Angebot an ausgewogenen und kalorienarmen Produkten. Im Delikatesse-Knäckebrot von Roland steckt die volle Kraft vom Roggenkorn. Und das Roggen-Knäckebrot enthalten viele verdauungsfördernde Kleien. Biota Fit, das schmackhafte Frühstücksgetränke aus Orangen, Bananen, Trauben usw. gibt Energie für den ganzen Tag. Der Coop-Früchtequark und das fruchtige Trinkjoghurt gibt es auch in einer Diätvariante mit Aspartam gesüsst. Und einen abwechslungsreichen, gesunden Brotgenuss bietet Ihnen Bero. Sie können wählen zwischen drei aromatischen und wertvollen Bero-Brot-Sorten. Und jetzt zu weiteren aktuellen Beiträgen. Am nächsten Montag gibt es auch in der Schweiz Könige und Königinnen. Es ist nämlich der 6. Januar. Drei Königstage und darauf sind die Coop-Bäckermeister natürlich vorbereitet. Mit dem traditionellen, feinen Drei-Königskuchen. Über 100 Coop-Restaurant in der ganzen Schweiz bieten Ihnen in einer gemütlichen Umgebung vielfältige und preisgünstige Verpflegungsmöglichkeiten. Zur Zeit können Sie unter anderem verschiedene beliebte Winterspezialitäten probieren. Und erst noch mitmachen an einen grossen Kautina-Wettbewerb. Zu gewinnen gibt es ein Familienwochenende in St. Moritz und weitere tolle Preise. Wie man sich bettet, so liebt man. Gut zu schlafen werden Sie bestimmt in der Bettwäsche, die Ihnen Coop jetzt zu einmaligen Preisen anbietet. Diese Garnituren, Anzeuge und Fixlinntücher aus pflegeleichtem Material sind in verschiedenen Dessens und Farben erhältlich. Und jetzt macht Ihnen die Studioküche noch einen Menüvorschlag. Bei uns gibt es heute etwas sehr Einfaches, was aber wegen dem nicht weniger gut ist. Für vier Personen 250 Gramm Mais nach Anleitung zu einem dicken Brei kochen. Je 100 Gramm Emmentaler und Greijerzerkäse unterziehen. Dann den Brei in eine Auflaufform leeren. Ankenflöckchen drauf verteilen. Und dann bei mittlerer Hitze im Ofen goldgeil überbachen. Und schon ist unser Maisauflauf fertig. Servieren Sie ihn doch einmal mit einem selber gemachten Randensalat. Das Rezept steht in der Coop-Zeitung von dieser Woche. Einen guten. Und jetzt möchten wir uns von Ihnen verabschieden. Vielen Dank fürs Zuschauen und weiterhin noch einen schönen Abend. Wie immer zeigen wir Ihnen aber noch, was Sie bei Coop von morgen an günstiger einkaufen können. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop zwei Dosen Midi-Ravioli à la Napoletana statt 5,80 für 4,60. Gakko-Getränk Xano Quick statt 4,60 für 3,90. Gerber Fondue für vier Personen statt 9,30 für 7,90. Dixan-Phosphat-frei statt 16,90 für 12,80. Persilphosphat-frei statt 17,50 für 14,50. Und nur morgen und am Samstag zweimal 500 Gramm Napoli-Spagetti statt 2,40 für 1,70. Navellinas Blondorange im Netz an 2 Kilo, 2,40. Und in der Tragtasche an 4 Kilo, 4,60. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Untertitelung des ZDF, 2020